Wasserwandern auf der Hundstruth. Darf ich vorstellen? Mein Fortbewegungsmittel. Marco, und fährst du? Jetzt kollidieren wir gleich, ihr Freunde. Als absoluter Paddelanfänger, kann das gut gehen? Ne, das ist keine so gute Idee. Meine Challenge, 20 Kilometer in zwei Tagen, wenn das Wetter mitspielt. Jetzt sehen wir aus wie der nasse Hund hier. Meine Hose will ich euch ja nicht zeigen. Die Natur genießen, mich nachhaltig, aus eigener Kraft fortbewegen, die Gegend rechts und links der Hundstruth entdecken und viel erleben. Wie gut klappt Urlaub auf und am Wasser? Ich muss hier erst mal wenden, weil die Schleuse, jetzt ist hoch. Gemütlich fließt sie dahin, die Hundstruth. Ideal zum Wasserwandern für Familien und Kajak-Anfänger wie mich. Boote gibt es hier überall zu leihen. Von Jens bekomme ich ein Einsitzer-Kajak für die nächsten zwei Tage. Erste Trockenübung, Sitzprobe an Land. Hoffentlich geht es jetzt hier nicht zurück, wenn ich mich jetzt hier hinsetze. Das erste, was ich entdecke, Pedale im Boot. Die müssen erst mal eingestellt werden. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass da richtig so Pedale drin sind in so einem Moment. Ja, das ist bloß so eine Fußstütze, damit man so ein bisschen Gegendruck aufbauen kann. Ja. Dann kommt die Paddel-Technik. Ja. Und wenn du jetzt mal hier so ein bisschen die Hand so gleiten lässt hier über, dass du über den Paddel schaffst, mal nochmal so. Lass mal so ein bisschen so die Hand bloß mal. Merkste, das ist oval. Ja. Genau. Und diese Seite bleibt in der Hand fest. Aha. Und wenn du jetzt hier mal rumgreifst, merkst du, die ist nicht oval, die ist rund. In der Hand lässt du das Paddel drehen und mit der Hand hältst du das Paddel fest. Ach so. Ja. Okay. Ja, stimmt. Funktioniert. Das ist das Modell Kajak für eine Person. Und hier drüben haben wir das Modell Kanadia für mehrere Leute. Damit ist übrigens unser Drehteam unterwegs. Die müssen ja auch mitkommen auf die Unstrut. Was wäre denn euer Favorit? Alleine paddeln oder mit der Familie, mit Freunden zusammen? Modell Kanadia. Schreibt uns in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr euch ausleihen würdet. Egal welches Boot, wichtig ist wetterfeste Kleidung. Die Schwimmweste gibt's vom Verleiher. Genau wie eine wasserdichte Tonne für Wertsachen Handy, Essen und Trinken. Klamotten oder Camping-Ausrüstung kommen in die schwarze Luke hinten im Boot. Also Jens, das Wetter habe ich bei dir aber anders bestellt. Jetzt gehört es losgehen und jetzt fängt es hier an zu regnen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Oha. Okay, so jetzt konzentrieren wir uns mal auf das Einsteigen, dass wir hier trocken bleiben. Sehr gut machst du das. Ausgezeichnet schön das Paddel belasten. Ausgezeichnet. Beine rein. Uiuiui. Okay, ist das merkwürdig. Aber es fühlt sich sicher an. Also ich habe ein sicheres Gefühl. Toi, toi, toi. Was wünscht man sich unter Paddlern? Ja, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. So, eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Das wäre schön. Du fällst jetzt hier einmal rum und ich komme gleich nach. Ich soll jetzt hier alleine rumfahren? Oh, oh, oh. Ich muss jetzt mal irgendwie versuchen, hier mit dem Ding umzudrehen. Die Stimmung geht ja ... Hier ist ja heute auch Gott sei Dank niemand. Kann ja hier mal frei rumrudern und ausholen. Nee, warte mal. Ich muss jetzt hier mal ... Marc, wann fährst du? Ah. Ich habe mich, glaube ich, schon festgefahren. Hallo. Es dauert, bis ich Gefühl für das Wasser habe. Zum Glück begleitet mich Jens die ersten Kilometer und steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Denn meine Paddeltechnik ist noch ausbaufähig. Ich habe aber auch schon ganz gut Wasser hier reingeschaufelt. Das ist noch so eine Krux, wie man das Wasser aus dem Boot raushält. Da hast du aber auch ein paar Tipps, Jens. Ja, also wenn man jetzt so langsam unterwegs ist wie wir jetzt hier, dann ist es ganz gut, wenn man das Paddel nicht ganz so tief eintaucht und nicht ganz so steil stellt. Ja, so flach über dem Wasser ziehen, das sorgt dafür, dass das Wasser nicht ins Boot tropfen kann. Also die Unstrut ist doch ein bisschen ruhiger als gedacht, habe ich mir jetzt wilder vorgestellt. Das finde ich aber gut, dass sie so ruhig ist. Die Tour habe ich selbst zusammengestellt. Vom Startpunkt Karsdorf paddeln wir nach Laucher. Am zweiten Tag ist unser Ziel Freiburg. Zwischendurch passieren wir drei Schleusen und entdecken spannende Orte rechts und links der Unstrut. Bei dir sieht es so einfach aus. Ich komme mir vor wie der letzte Honk hier. Paddeln ist nachhaltig und aktiv Urlaub für alle. Ob alleinreisend oder in einer Gruppe, ob jung oder alt. Wasserwandern ist für alle, die die Natur mal von einer anderen Seite sehen möchten. Jens, du bist ja schon so lange dabei. Du machst jetzt allein diesen Verleih seit 2005. Bist also noch nicht paddelmüde. Was zeichnet für ich jetzt das Paddeln aus? Warum machst du das so gern? Weil wir, also weil wir mit dem Kanu kommen wir der Natur auf eine Art und Weise näher, wo sie uns nicht erwartet. Ja, also wir müssen keine Radwege bauen und wir müssen keine Wanderwege, sondern wir nähern uns der Natur von einer ganz natürlichen Art und Weise. Und das finde ich so spannend. Die Aussicht vom Boot ist echt sehenswert. Nach fünf Kilometern erreichen wir die Schleuse Tröbsdorf, die nächste Herausforderung. Schleusenwärter Frank erzählt uns, wie es geht. Hier dürft ihr nur reinfahren, wenn es grün ist. Bisschen Angst habe ich gerade. Da wird es rechts und links, geht es schräg nach unten und dann haben wir unten rechts und links Trämpel. Also da bleibt nur noch ein Graben in der Mitte der Schleuse mit Wasser und da müsst ihr euch bitte halten. Schon ganz schön abenteuerlich so, ne? Also gerade für Leute, die das jetzt nicht jeden Tag machen. Ja stimmt, es gibt viele, die das das erste Mal machen auf der Unstuhl und so. Ja, bei der Schleuse haben sie sowieso immer viele Angst, aber das brauchen sie gar nicht haben. Wie gesagt, sie geht ganz langsam nach unten, passiert nichts. Und wenn was passieren sollte, sie kippen oder sonst was, was ich nicht bitte. Ich glaube, bin ich da. Da machst du einen Körper rein? Ja, mache ich einen Körper rein und rette sie. Die Schleusung dauert gut zehn Minuten. Frank gibt uns ein Schleusenband. Für fünf Euro am Tag könnt ihr damit alle Schleusen in der Region nutzen. Schleuse Nummer eins geht einfacher als gedacht, aber bei der nächsten wird es nicht so gut laufen. Noch zwei Kilometer bis zum nächsten Zwischenstopp. Meine armen Muskeln merke ich noch nicht. Dafür aber die Nässe. Ah ja, herrlich. Paddelausflug. Oh Jens, wo ist denn die Sonne hin, sag mal? Das war doch so schön. Unter den Wolken. Wo ist das so schön? Jetzt sehen wir aus wie der nasse Hund hier. Meine Hose will ich euch ja nicht zeigen. Die ist schon, das ist ein ganz anderer Schnack, meine Hose. Die sieht so aus, als wenn ich hier einmal drinnen reingesprungen bin. Das ist Outdoor. Ja, das ist Tourist Outdoor. Wetter hat man nicht im Griff. Kann schon mal einen Schauer geben. Sowas kommt vor, ja. Gerade in Mitte Europa ist das keine Sätze. Ja, das ist klar. Aber das war jetzt schon so schöne dicke Regenwolke gerade über uns. Schade. Bei Regen macht Wasserwandern einfach keinen Spaß. Gut durchnässt machen wir eine kurze Paddelpause in Kirchscheidungen am Campingplatz. Eine von vielen Übernachtungsmöglichkeiten. Hier stehen auch Schäferwagen. Zwei Nächte kosten für vier Personen 150 Euro. Zelt, Wohnwagen oder Schäferwagen, was würdet ihr euch denn aussuchen hier, wenn ihr campen würdet zum Paddelurlaub? Schreibt uns das mal in die Kommentare runter. Weiter geht's. Aber ohne dich jetzt, Jens, ne? Ja, ich muss euch leider verlassen. Aber ihr schafft das jetzt auch alleine, glaube ich. Bin ich jetzt auch optimistisch. Ich habe jetzt schon mal ein Gefühl fürs Boot bekommen. Du hast mir etliche Tipps gezeigt. Und nach Laura finde ich jetzt einfach Strom abwärts immer der Nase lang. Ja, also von hier aus kannst du jetzt nichts mehr verkehrt machen. Das sagt sich so leicht. Jetzt kollidieren wir gleich hier, Freunde. Passt mal schön auf. Was? Was macht denn ihr da hinten? Das wusste ich ja auch nicht so genau. Endlich bin ich in Laucher an der alten Zuckerfabrik. Mein Zielort für diesen Tag. Elf Kilometer geschafft. So, warte mal. Jetzt drifte ich ab. Jetzt dreh ich mich. Erstmal hier randonnern. Ja. Parken wir mal rückwärts ein. Ich glaube, ich habe heute den Tipp bekommen, breitbeinig aufzustehen. Oh Gott. Moment, Moment. Nee, das ist keine so gute Idee. Danke. Ihr denkt jetzt bestimmt, was macht der Burgemeister denn? Aber Leute, ich sage es euch, wenn ihr auf dem Wasser seid, das ist ein völlig anderer Schnack. Ja. Oh, schnell raus. Ja. Danke an Danny, unser Assistent, der ohne ihn wäre ich heute glaube ich nicht trocken an Land gekommen. Danny, danke dir. Endstation für heute. Das Boot parke ich ganz bequem über Nacht neben dem Steg. Ich bin im Weinanbaugebiet Saale-Unstruth. Hier gibt es viele Weinmanufaktoren. Auch direkt in der alten Zuckerfabrik. Winzer Johannes produziert hier Weine in limitierter Stückzahl. Seine neueste Rotwein-Sorte schlummert noch im Fass. Ich darf schon mal probieren. Total lecker. Kann man total trinken. Du trinkst gerade einen Rotdiamanten. Der Wein ist im Holzfass noch völlig unverarbeitet. Sicherlich, er ist schon vergoren. Er reift aber noch über ein Jahr im Fass. Ach, so lange reift der jetzt noch? Ja, ja. Also was ich jetzt als Winzer sagen kann, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Wahnsinn. Ich siehste, ich dachte, der kommt jetzt dieses Jahr neu auf den Markt. Aber so schnell geht das dann gar nicht, ne? Naja, das ist halt immer die Frage, was man will. Will man schnell oder will man gut? Gerade beim Rotwein, da sollte schon seine Zeit im Fass haben. Auf dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik gibt es Ferienwohnungen, die mir Besitzer Chris zeigt. Die eignen sich vor allem für größere Gruppen, denn die Wohnungen bieten Platz für bis zu sechs Personen. Und vom Balkon gibt's den Blick auf die Unstruth. Nach dem Tag freue ich mich jetzt einfach nur auf mein Bett. Denn morgen wird's wieder spannend. Tag zwei meiner Unstruthour geht schon mal richtig gut los. Das läuft jetzt wie ein Länderspiel mittlerweile. Ja, macht Spaß und vor allem das Wetter, ey. Das ist also das Wetter, das ist so eine Aktivität, da muss man sich eine gute Woche für aussuchen, weil das macht viel, viel mehr Spaß mit Sonnenschein, als wenn man sich so zuregnen lässt. Mein Tagesziel ist Freiburg mit einigen Zwischenstops. Knapp neun Kilometer liegen vor mir. Das erste Hindernis, die Schleuse in Laucher. Kamera läuft. Kamera läuft, ist gut. Ich muss hier erst mal wenden, weil die Schleuse... Letztes, huch. Keiner da. Da weiß ich nicht, was machen wir jetzt. Das Wehr ist für mich unüberwindbar. So, Boot tragen, nützt ja nix. Schleuse ist nicht besetzt und wir müssen ja trotzdem weiterkommen. Dienstags und mittwochs wird nicht geschleust, außer in den Ferien, da sind alle Schleusen täglich besetzt. So ein Kajak kostet übrigens je nach Kanuverleih für die zwei Tage um die 56 Euro, inklusive Transfer. Diesen Service bieten die Verleiher für Mensch, Ausrüstung und Boot an, damit die Tour entspannt bleibt. So, das Navi sagt noch zwei Kilometer. Ich freue mich auf einen Kaffee. Denn mein nächstes Ziel ist eine Kaffee-Rösterei. Die liegt in Balkstedt, direkt am Fluss. Ich habe mich für eine Führung bei Röstmeisterin Sandy angemeldet. Oh wow, was für ein Raum. In deinem Element. Oh, das riecht auch schon richtig wie in einer Rösterei hier drin. Das ist ja, mhm. Schon ein bisschen was gearbeitet heute, ja. Und habt noch ein bisschen was vor mit euch. Wir rösten heute mein Lieblingskaffee. Das ist ein Mix aus verschiedenen Bohnensorten. Sandy führt mich ein in die Kaffeekunde. Die Röstung riecht verführerisch. Die kleine Führung dauert eine Stunde und kostet zehn Euro pro Person. Und dann probieren wir verschiedene Kaffees. Und dann saugt man Kaffee mit viel Luft ein. Also ich nehme gerne einen Löffel dazu. Man saugt Kaffee mit viel Luft ein? Um den ersten Geschmack zu bekommen. Aha. Das musst du einfach vormachen. Aber jetzt keine Vorstellung, wie das aussieht. Ich mache es gerne. Einfach Kaffee und... Ach so, einschlürfen. Der Vorführeffekt. Jetzt geht die Röstmeisterin hier gleich vom Stuhl runter. Super, Vorführeffekt. Aber ich habe es verstanden, so einschlürfen. Einfach schlürfen. Heute darf, bei mir darf immer geschlürft werden. Ja, ich bleib beim trinken. Ja, ich auch. Bleib beim klassischen Trinken. Unser nächster Kaffee kommt. Unser Alfred. Ach nee. Vorf, bitte. Ich muss kurz durch. Das ist ja cool. Das ist unser Alfred. Das ist der Alfred. Jawohl. Mit einem Katzengesicht. Nee, nicht ganz. Es ähnelt schon einer Katze. Ja. Liebe Gäste, Ihre Bestellung ist da. Vielen Dank. So habe ich jetzt auch noch keinen Kaffee bekommen, hier von einem Roboter. Ja, ist super, ne? Das ist ja nicht schlecht. Wir können auch gerne uns bedanken. Vielen Dank. So, einmal fertig. Und jetzt fährt er zurück. Jetzt fährt er wieder zurück. Genau. Alfred ist heute nicht gut drauf, sonst bedankt er sich immer noch. Nach dem Koffeinkick bin ich wieder zurück auf der Unstruth. Topfit und inzwischen richtig gut eingepaddelt. In ein Kilometer kommt mein nächster Zwischenstopp. Die Zettenbacher Mühle. 120 Jahre alt und immer noch funktionstüchtig. Hier wird Mehl gemahlen. Mit Wasserkraft und Riemenantrieb. So macht man eine Maschine an. Ja. Und so macht man sie überhaupt. Mit einem Holzschlaf. Volker ist hier Müller in dritter Generation und zeigt mir sein historisches Schätzchen. Liebhaber alter Technik kommen hier voll auf ihre Kosten. Eine Führung kostet 7,50 Euro. Das ist die richtige Holzklasse. Da würde ich mich jetzt nicht trauen mitzufahren, aber Sie fahren noch damit, haben Sie gesagt, wollen wir uns eine Etage einfach treffen. Ich nehme klassisch die Treppe und Sie nehmen Ihren historischen Fahrstuhl. So machen wir das. Ja. Bis gleich. Auf zur letzten Etappe nach Freiburg. Schön hier. Was für ein Panorama. Weinberge mit Steilterrassen, alten Trockenmauern und romantischen Weinbergshäuschen. Die letzten anderthalb Kilometer ziehen sich aber ganz schön. Da sind wir. Ich freue mich und crashe gleich hier nochmal zum Abschluss in die Wand rein. Verdammt. Ups. Die Oberarme tun ein bisschen weh, die Schulter merke ich ein bisschen, aber ich bin richtig stolz, dass ich das geschafft habe. Es hat sich heute viel viel besser gepaddelt. Vor allem meine Hose ist trocken. Ja, ich habe heute gar nicht so viel Wasser rein geschaufelt ins Boot. Und jetzt versuche ich hier mal zu euch zu kommen an die Treppe, dass ich auch aussteigen kann. Weil eine Etappe haben wir ja noch vor uns, die Stadtführung. Die wollen wir ja noch mitmachen. Ne, so wird das nichts. Warte mal. Ah, jetzt dreh ich mich wieder. Warte mal. Warte mal. So, jetzt muss ich bloß die Kiste erstmal raus. So. Ja, angekommen. Yes. Die 20 Kilometer sind geschafft. Das Boot holt Kanuverleiher Jens später mit dem Auto ab. Und für mich steht jetzt noch Sightseeing in Freiburg auf dem Programm. Freiburg ist schließlich die Winzer Hauptstadt der Saale-Unstruth-Region. Regina zeigt mir die schönsten Ecken. Aber der krönende Abschluss meiner Tour ist der Schlifter Weinberg mitten in der Stadt. Diese Aussicht ist einfach mega. Da drüben sind wir angekommen. Da ist wirklich direkt die Unstruth, direkt vor der Haustür hier in Freiburg. Was für tolle Tage waren das. So viel gesehen, so viel erlebt. Alles mit dem Paddelboot angesteuert. Und allein das hat super viel Spaß gemacht. Aktivurlaub inmitten von der Natur. Das entschleunigt. Das bringt einen mal richtig runter. Und das ist wirklich nachhaltig. Und eine Lehre, die ich noch daraus gezogen habe. Ich gucke mir nächstes Mal noch mal ein bisschen besser an, wann die Schleusen alle aufhaben. Weil sich durchschleusen zu lassen, ist doch wesentlich entspannter, als das Boot rauszuziehen und dann paar hundert Meter zu tragen. Da in Mitteldeutschland gibt es noch jede Menge andere Ausflugstipps. Jeden Mittwochabend seht ihr hier auf diesem Kanal ein neues Hinreisen. Dürft ihr gerne abonnieren. Urlaub auf dem Wasser geht übrigens nicht nur mit dem Paddelboot, sondern auch mit dem Hausboot. Hat meine Kollegin Lisa für euch ausprobiert. Auf der Havel könnt ihr euch hier anschauen. Und ansonsten sage ich Dankeschön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal hier bei Hinreisend. Tschö!